Ich gehe gerne tanzen, weil es mir unheimlich viel Spaß macht. Es ist auch mein größtes Hobby. Man ist dann so glücklich und man wird dann auch so fit und es macht einfach richtig viel Spaß. Also ich tanze gerne, weil es mir halt auch Spaß macht. Es bringt Freude und ja, es ist halt auch mein größtes Hobby. Ich tanze auch immer in meinem Zimmer. Und ja, es ist meine Leidenschaft und wenn ich tanze, dann fühlt man sich so frei irgendwie. Es macht mir viel Spaß. Es ist auch mein größtes Hobby und auch meine größte Leidenschaft. Immer wenn ich irgendwo Musik höre, würde ich gleich anfangen zu tanzen. Warum kommt ihr gerne hier?